Seht ihr, die Natur ist doch was schönes. Guck mal die Tomaten. Wahnsinn. Hier. Hier. Oder hier. Dort. Das ist Wahnsinn. Man sagt, man erntet was man sät. Und das ist das Interessante. Ein Samenkorn, einer und so eine Tomate. Hunderte Tomaten. Guckt ihr die Blütenpracht da oben. Guckt das an. Guckt das an, wie schön. Einfach schön. Einfach schön. Und ich sitze hier und genieße das Ganze. Obwohl es mir heute nicht so gut geht, aber egal. Ich gucke oben auf den Himmel und ich entspanne mich. Jetzt lasse ich mich gleich nach Hause tragen. Und dann geht es weiter morgen. Aber es ist Wahnsinn.